Hallo liebe Mann, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich hab mir was Neues überlegt. Wir werden heute zwei Foodguides gegeneinander antreten. Lasst, wir sind in Hamburg und ich hab mir so die Frage gestellt, Foodguides haben wir am Start, aber was präsentieren die da eigentlich alles? Haben die es drauf oder machen die da Xing, Shang, Shang, was sie als nächstes zeigen oder sind das wirklich geile Sports? Und dafür hab ich mir zwei, sag ich mal so, die bekanntesten, mir bekanntesten Foodguides eingeladen. Auch, äh, soll ich das sagen, sehr hübsche Frauen dabei. Wir bitten die mal zu uns und schauen mal, was die uns zu sagen haben. Also erstmal danke, dass ihr am Start seid. Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt erstmal den Spot von euch beiden am Start. Das ist hier Kai's Kitchen. Für was für einen Foodguide seid ihr überhaupt am Start? Kleine Vorstellung. Hi, ich bin Tabea und ich bin bei Foodguide in der Redaktion zuständig. Das heißt, ich kümmere mich um den ganzen Videoschnitt und besuche auch ganz viele tolle Restaurants und mache außerdem den TikTok-Kanal. Ja, hi, ich bin Maggie von Foodguide und ich bin im Projektmanagement zuständig und ich kümmere mich um die Koordination der Projekte. Okay, cool. Also, wie ihr schon gehört habt, Foodguide Hamburg. Ich verlinke auch alles in die Videobeschreibung. Also, Kern von beiden Teams ist es eigentlich, euch geiles Essen in Hamburg zu präsentieren. Wer da Bock drauf hat, auf geile Tipps, der kann natürlich in die Videobeschreibung klicken und sich das Ganze auch angucken. Und jetzt kommen wir zu euch, Foodlover, ne? Ja, Jonas, 23 Jahre, Videograf bei Foodlover Hamburg. Ich hatte schon alles auf der Zunge, von der Dönerbute beim Nordbahnhof bis High-End-Sterne-Gastronomie. Also, wir machen es dir nicht leicht heute. Wir können auch heute weitermachen mit noch einer neuen Sache. Tatsächlich, tatsächlich. Und ich bin Dana, ich bin auch von Foodlover Hamburg und wir stellen euch alle Restaurants, Bars, Cafés in Hamburg vor. Und wir haben jetzt auch eine App rausgebracht, vielleicht auch interessant für die Hamburger. Okay, ja, geil. Ihr habt euch für Kais Kitchen entschieden und müsst mir jetzt natürlich sagen, warum und warum ihr den so toll findet, mit dem Laden. Also, das ist tatsächlich unser Favorite oder gehört zu unseren Favorites. Und wir gehen auch mindestens einmal in der Woche hier Mittagessen oder mehrmals. Und die machen super scharfe Nudeln, also wirklich ordentlich spicy. Das wird auf dich zukommen auf jeden Fall. Ja, ich nehme spicy und einmal normal, aber ja, ich versuche das zumindest mal. Und das Gute ist, also alles ist vegan. Das ist ganz cool, weil wir auch voll viele mittlerweile vegetarisch-vegan sind. Und sie haben auch so Sachen wie so Veggie-Hack und so. Und das schmeckt auch alles wirklich richtig, richtig gut. Cool. Ja, sehr authentisch auf jeden Fall. Okay, gut. Ja, dann werden wir mal rein. Ihr kennt den Laden auch? Tatsächlich noch nicht. Auch noch nicht. Tatsächlich noch nicht, ne? Ich habe mir so überlegt, wie scheiße das wäre, wenn ich jetzt bei beiden Läden einfach sage, das schmeckt komplett gar nicht irgendwie. Oder so eine 5 von 10 oder so. Oder so scharf, dass du beim nächsten nicht mehr schmeckst. Danach kannst du nichts mehr schmecken. Ihr wollt mich einfach nur quälen. Das ist das. Ihr wollt mich quälen. Die hassen mich nämlich beide. Ja, geil. Dann gehen wir rein. Norman hinter der Kamera, auch bekannt als, das schmeckt mega. Ganz charmanter, kleiner Laden, also 3 Quadratmeter groß gefühlt. Ja, aber das soll natürlich nichts heißen. Wir gucken jetzt, ob das Essen schmeckt. Ich werde mal in die Karte gucken, was würdet ihr mir empfehlen? Auf jeden Fall die marinierte Udon-Nudeln in Chanshuish-Style. Mit 6 Chili-Emojis und einem explodierenden Kopf. Nee, 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 das ist nicht die. Das sind die hier mit Chanshuish-Style. Also das ist unser Favorite. Aber am Norden nur 2 Chilis drauf. Also ich finde das trotzdem schon ordentlich scharf. Wenn sie das sagt, dann heißt das so. Nee, 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 das sagt doch nicht. Rolle ist nicht gemacht für 6 Chili und explodierenden Kopf-Smiley. Guck mal, die hier. Nee, nee, wir nehmen die Udon-Nudeln, weil am Ende des Tages, Leute, ihr wisst, ich habe Eier aus Stahl. Auch die hätte ich natürlich gegessen. Aber wir wollen ja auch gucken, dass das schmeckt noch. Und wenn die Schärfe zu doll wird, schmerzt es einfach nur noch. Wir nehmen die Udon-Nudeln. Wir werden es so handhaben, wir nehmen 2 Sachen von euch und bei euch auch 2 Sachen. Und dann werden wir die Punktzahlen einfach addieren. Okay. Okay, was nehmen wir noch? Die Gemüse-Dumplings. Also die sind auch ziemlich scharf. Oh, 4 Chilis. Okay, dann nehmen wir auch noch die Gemüse-Dumplings. Ich kann es dir auch noch einmal zeigen. Und ein Glas Milch. Und ein Glas Milch, ja. Ehrlich so. Dann werde ich mal einmal den guten Norman entlasten und werde noch mal ein paar Food-Aufnahmen machen. Du willst gar nicht zu sehen sein, ne? Nee. Ich füge einfach so ein Nacktbild von dir ein. Ja, so einfach wie es da steht. Das war doch alles vonverhalten. Ganz verschieden. Von mir und Malte oder so. Das ist ja geil. Das war das. grab'n raus. Das war das. Ah 我 sehr gut. Also�数ische Musik. Das war das. Das war oder so? Das war das. Das war das. Ich bedan 아니, wennEs. Das war das. Also pass auf, die Nudeln sollen wirklich sehr scharf sein. Ich werde das jetzt erstmal abchecken. Ich weiß nicht, was wir hier drauf buchwalzen, glaube ich. Boah, aber ich merke jetzt schon scharf. Ich hoffe echt, dass jetzt nicht alles wegbrennt. Wie scharf sollen denn vier Sterne sein mit Lachsmiley noch? Ja, intensiv, unabhängig von der Schärfe erstmal. Eines kann ich euch sagen, ihr kriegt voll in die Fresse vom Geschmack. Das hundertprozentig. Auch eine schöne Süße drin, Frühlingszwiebelchen. Okay, also eines kann ich sagen, das unterscheidet sich definitiv von anderen Gerichten, wie man sie kennt. Wobei, kommt auf jeden Fall auch dieses gewohnte Feeling, kommt auch noch mit rein. Aber nur dezent. Also sehr im Vordergrund ist die Süße wirklich. Dieses Knacken von den Buchwalzen, sehr präsent. Auch angenehm präsent. Wirklich gut. Vielleicht ein bisschen Ingwer auch, kann ich mir vorstellen. Also ist vom Prinzip her ein rundes Ding. Mit einem Aber, das werde ich gleich nochmal erzählen. Wir gehen nochmal in die zweite Runde rein. Dafür werde ich auch nochmal die andere Gabel nehmen. Bin zu dumm für Stäbchen essen, muss ich euch sagen. Oha. Also es zieht sich echt durch beide Gerichte durch, es ist maximal intensiv. Also es knallt echt maximal rein. Schmacksexpositive. Ja. Geile Soße auch drauf. Chiliöl, haben sie glaube ich noch rüber gemacht. Leicht tomatig, aber nicht zu doll. Voll spannend. Sehr interessante zwei Gerichte. Warum interessant? Weil es einfach Geschmäcker sind. Für mich, der jetzt auch nicht so viel in diesen Küchen unterwegs ist, asiatisch. Muss ich immer dazu sagen, die neu für mich sind. Nur ich bin dann eher so im orientalischen Bereich unterwegs und und und. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die diese Küche öfter verzehren, das wohl mehr kennen. Für mich sehr ungewohnt und neu, was ich feiere, was ich geil finde. An und für sich sehr stimmige Gerichte. Da hat sich jemand überlegt, wie er das macht, wie er das zusammenstellt. Wie auch mit der Schärfe, Tomatigkeit, diesen asiatischen Touch dazu. Die Teigtaschen sind auch super. Bei beiden eine Kritik, das ist einfach zu intensiv. Einfach zu überwürzt, wenn ich so ausgucken darf. Ja, überwürzt ist es. Ist aber im Bereich so, dass man sagen kann, es ist noch tragbar. Aber ich würde tatsächlich, weil das so intensiv ist, nicht von der Schärfe und gar nichts. Ich würde den hier wahrscheinlich nicht aufbekommen, weil es einfach irgendwann zu viel wird. Den hier würde ich mit Sicherheit aufbekommen. Aber es ist auch sehr, sehr heftig gewürzt. Und das muss ich natürlich einbeziehen. Punktzahl würde ich von daher... Eine 6,4 und eine 6,6 würde ich geben. Das ist immer noch lecker, absolut lecker. Und ich kann mir vorstellen, dass viele das wollen. Aber ich bin mehr so Fan von diesen Reelen. Und das ist einfach zu überwältigend. Das ist zu viel. Und ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Gewürze sind in bestimmten Maß immer geil. Aber zu viel ist manchmal auch nicht gut. Aber es sind leckere Nudeln. Keine Frage. Ich hoffe, ihr seid über die Bewertung nicht wahrscheinlich schon ein bisschen enttäuscht. Nein. Alles gut. Ich finde es fair. Der Mann ist knallhart halt. Das geht nicht anders. Von mir nochmal finales Fazit. Ich kenne ja auch natürlich Läden, wo es richtig, richtig stark gewürzt ist. Wo es in die Fresse gibt. Aber das ist wirklich... Also als Vergleich, ich glaube, ich habe noch kein Gericht gegessen, also an das ich mich erinnern kann, was so hart, heftig, intensiv war. Sowohl von der Süße, sowohl von den Gewürzen, von allem drum und dran. Aber wir haben auch zwei positive Meinungen gehört. Ich würde sagen, wir gehen rüber zum Laden von den guten Foodlover-Leuten. Und da gibt es jetzt Afghanisch. Afghanisch bei Ariana. Bei Ariana. Bei Ariana. Da gehen wir jetzt rüber und da wird uns auf jeden Fall eine Fleischpeitsche erwarten. So ihr Lieben, wir sind jetzt bei Restaurant Nummer zwei. Das ist dann eure Wahl. Was erwartet uns denn jetzt hier Schönes? Wir erwarten uns natürlich afghanische Spezialitäten. Schmeckt wie bei der afghanischen Mami. Der Chef sagte eben auch schon, die machen wirklich alles selber. Du sagtest eben auch schon, du hättest den Laden nicht ausgewählt, das war Chef. Aber trotzdem ist oben mit dabei. Nein, schwarz. Aber du hast auch schon hier gegessen. Ja, super frisch, authentisch. Ja, dann schauen wir mal. Also ich bin ja auch, die haben ja auch Hackspieß und sowas. Ist ja absolut mein Ding. Wir haben uns zwar für zwei Sachen jetzt entschieden, da ist kein Hackspieß dabei, soweit ich weiß, Norman. Aber auf jeden Fall zwei geile Sachen. Wir werden den Chef jetzt noch treffen. Der hat eben schon zu mir was erzählt. Da habe ich gesagt, nein, 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 warte, erzähl das vor Kamera. Das war sehr interessant. Und dann können wir eigentlich reingehen und dann geht es direkt ans Snacken. Ich bin gespannt. Und jetzt musst du Handkuss geben. So hast du eben schon gesagt, echt teilweise 100 Jahre alte Rezepte. Genau. Die Zubereitung unserer Gerichte, die Rezepturen und so alles. Es stammt von meinen Großeltern, Ururgroßeltern, ich weiß jetzt nicht wie lange, über 100 Jahre. Wir haben damals, also meine Großeltern, Urgroßeltern haben für Könige quasi gekocht, zubereitet. Und die Rezeptur wurde immer von Familie zu Familie weitergegeben. Und die verwenden wir heutzutage jetzt hier in dem Lokal. Heftig. Also wirklich alles, was damals gekocht wurde, wie es zubereitet wurde, machen wir auch hier. Mach keinen Mist. Also wenn das jetzt nicht schmeckt, das kann passieren. Nein, Quatsch. Du wirst schon sehr erstaunt überraschen. Okay. Läuftladen gut? Ja. Wir sind zufrieden. Was macht ihr im Monat so Umsatz? Null. Zwei Euro reicht. Ich will dann mal gucken, wie die Leute reagieren, wenn ich das frage. Meine Lieblingsfrage. Ja geil, dann nehmen wir, wir wissen was wir nehmen. Norman, was nehmen wir? Wir nehmen einmal die Mantou mit Hackfleischfüllung und der Specialsoße. Und einmal Hähnchenspieß mit Kabuli-Reis. Mit dem traditionellen Kabuli-Reis. Das schmeckt mega. Okay, dann nehmen wir die zwei Gerichte. Sehr gerne. Wir nehmen schon mal Platz. Kriegt ihr jetzt Angst ein bisschen? Weil ihr habt gehört, was jetzt hier für Gegner am Start sind. Für die Könige gekocht und 100 Jahre Rezepte. Ja, also wir sind schon ein bisschen nervös, aber schauen wir mal. Okay, okay. Norman, der hinter der Kamera steht und er haben schon gesagt, wenn die verlieren, müssen die rummachen. Okay. 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 Wir werden jetzt aufs Essen warten. Wir haben hier schon mal ordentlich Getränke bekommen. Ich weiß gar nicht, für wen was ist. Also sehr faszinierend, das Restaurant. Weil das hier mitten eigentlich in der Innenstadt, Mönchelbergstraße, glaube ich, fast direkt daneben, der geht voll unter. Also einfach, weil das Schild ist so klein. Also wir kannten alle den Laden nicht, glaube ich. Also außer halt die, die es vorgestellt haben. Ja, und wir werden uns jetzt erstmal nochmal hier durch, was ich auch beim Iraner jetzt gerade hatte. Werde ich nochmal probieren. Interessant. Also es ist tatsächlich fast genauso wie beim letzten Mal, nur dass mehr Mineralwasser drin ist. Und ein bisschen minziger noch wegen der Minze hier. Interessantes Getränk. Also ich hab, sag dir ehrlich, ich hab viele schon gehört, die geflext haben, aber der Flex mit für Könige gekocht, der war der krasseste ever. Wirklich. Ja, der war echt gut. Mantou. Also hab ich schon beim Afghanen gegessen und zwar sehr gut. Also ich hab öfter jetzt mal Antou gegessen, aber auch schon einmal im sehr guten afghanischen Restaurant. Das erinnert mich an mein erstes Essen beim Inder, der Koriander. Ich feiere den hart, früher hab ich den gar nicht gefeiert. Koriander ist aber für mich immer so ein bisschen special, weil wenige das benutzen. Ich glaub aber auch, viele feiern es nicht so. Aber ich find Koriander immer sehr nice. Also man merkt erst mal, von der Umsetzung sind die top. Ihr macht ja sogar den Teig selber, glaub ich, ne? Alles selber. Gewürze top. Alles wirklich ein ganz feines Spiel und ganz dezent. Also das ist eigentlich kompletter Kontrast zum zum Laden eben von der Gewürzgebung. Eben warst du völlig überwältigt. Und hier ist jetzt sehr dezent, aber ich finde gezielt und gut mit Gewürzen gearbeitet. Du merkst hier mal ein bisschen den Koriander. Dann merkst du, dass ja auch Kümmel, glaub ich, mit drin gearbeitet, ne? Dann merkst du Kümmel. Dann zwischendrin wieder was, was ich nicht deuten kann, weil ich einfach auf diesem Gebiet nicht so stark unterwegs bin wie auf anderen. Ab was ich damit sagen will. Du hast ganz viele verschiedene Nuancen, die optimal aufeinander abgestimmt sind. Also es ist schon sehr stark. Was am Anfang, und ich glaub das ist, weil ihr meine Geschmacksnerven so betäubt habt mit dem anderen. Die haben mich echt auseinandergenommen eben mit dem chinesischen. Das war wirklich so in die Fresse. Die ersten ein, zwei Happen hat mir die Intensität so ein bisschen gefehlt. Und dann dachte ich, okay scheiße ey, das wird hier wieder auch nichts. Aber desto mehr ich gegessen habe, kam es umso mehr rein. Das ist ja tatsächlich so auch, müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr jetzt Süßigkeiten esst und danach erst hier einen Apfel. Man wird desensibilisiert und schmeckt nicht mehr so stark. Das sollte man eigentlich auch so von der Reihenfolge essen. Erst das nicht so intensive und dann das intensivere. Starkes Ding. Und die ersten zwei Bissen schiebe ich jetzt noch, wie gesagt, auf meine, die Betäubung meiner Geschmacksnerven, ohne euch jetzt dissen zu wollen. Aber schon richtig in die Fresse. Also stark umgesetzt. Schöner Biss mit den Linsen. Und was für mich auch immer game trend ist, ist diese deftige Note mit dem Joghurt. Dieser Mix, perfekter Gegenspieler. Jetzt knallen wir uns mal den anderen Teller rein. Ist das bei euch grad noch Feeling? Hofft ihr, er verkackt jetzt hier noch? Glaub ich schon, wir haben verloren. Also ich glaube, also nach der Aussage mit dem in die Fresse, glaube ich, haben wir ganz schön verloren. Ihr wart wirklich nicht schlecht, ne? Das war einfach nur wirklich zu viel für meine sensiblen Geschmacksnerven. Nicht, dass ihr euch wundert, dass so viel hier steht. Ich bewerte wirklich nur zwei Sachen. Das war ein kleines Missverständnis. Wir werden im Kollektiv den Rest noch verzehren. Habe ich das gut gesagt, ne? Ist ja gut. Oha! Das darf man nicht vergessen. Das habe ich letztes zum ersten Mal gemacht, sogar bei Steak. Mit Limettenabrieb. Da glaubt man gar nicht, was geil ist, aber es ist echt heftig. Also die haben irgendwie das Fleisch behandelt mit so einem süß-saueren Flavor obendrauf. Weintrauben. Und Sumac? Habt ihr noch Sumac drauf? Sumac nennt man das eigentlich. Ah! Also mit dem Sumac hier obendrauf, das ist echt komplett Game-Channel. Was komplett Endlevel ist, ihr seht die scharf angebratene Kruste. Es ist trotzdem super saftig. Bei Hähnchenbrust läuft ja immer Gefahr, dass es trocken wird. Super cross. Und das in Verbindung mit dem Sumac-Gewürz ist eine ganz kranke Kombi. Limette habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so stark gemerkt da drauf. Aber generell, die Kombi ist einfach krank. Ich weiß nicht, was ich da eben noch geschmeckt habe. Ja, ich arbeite ja noch mit weiteren Gewürzen da drauf, ne? Du meinst die Cardamon in die Richtung oder so? Äh, auch, ja. Mhm. Cardamon auf jeden Fall. Aber bei den anderen Gewürzen, da... Ja, hältst du dich bedeckt, ne? Genau. Ganzes Ding. Also eines der geilsten Hähnchen, die ich so gegessen habe, was Hähnchenbrust angeht. Dankeschön. Und du wolltest den Laden nicht wählen. Ja, du wolltest den Laden nicht wählen, Bruder. Du willst filmen mal. Was sagst du dazu? Bloßgeschichten. Wie war da noch Geschichten? Ja, ja. Ich fühle mich gerade wie König, Bruder. Echt? König von Buxude. Ich sage euch, bei Reis gibt es eine spezielle Kunst. Reis irgendwie mit 1000 Gewürzen. Das eine ist die eine Rubrik, aber Reis hinzukriegen. Der Basic ist, also nicht mit viel Gewürz, aber der ist einfach echt Basic, aber schmeckt super heftig lecker. Die Food Lover Crew macht mich mit dem Ding hier echt fertig gerade. Wirklich mit den Dips hier auch, die sind echt, boah, wild, 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 wild. Boah, die Soßen. Also haue ich euch gleich eine Bewertung raus, ne? Freut ihr euch? Ja, sehr. Ja? Ganz toll. So eine Reaktion sieht man nicht so oft von dir. Ich gebe spontan hierfür eine 9 von 10 und ich gebe dafür eine 9,2 von 10 hierfür. Und die Kombis auch wirklich. Diese Dinger, falls ihr hier essen solltet, unbedingt dazu bestellen. Die sind echt wild, Mann. Durch die Kombis dazu gebe ich eine 9,3. Also das ist echt stark. Dementsprechend haben wir einen Gewinner. Also ungewohnt jetzt kein Geld zu verlieren bei der Nummer. Also das ist auch schon mal entspannt. Dafür die Promo für die beiden Foodguides. Ich habe auch sonst auf dem Kanal hier geguckt und die haben geile Sachen da, optisch zumindest. Aber ich wollte natürlich überprüfen nochmal. Aber die haben auch andere Sachen noch vorgestellt. Wirklich gute Sachen. In der Videobeschreibung die beiden Kanäle. Und ja, dann danke ich euch fürs Dabeisein. Ihr beiden die glücklichen Gewinner. Stark, stark ausgewählt. Ja, dann danke fürs Dabeisein. Und dann sage ich eventuell nochmal zu einer nächsten Runde, vielleicht geht ihr nochmal in eine zweite Runde gegen einen anderen Foodguide-Kollegen. Ja. Alles klar. Super, dann bis zum nächsten Mal. Lass gerne den Daumen oben knallen. Und Kommentar.